XV. Exaretslav, wie fühlen Sie sich? Diese Frage war die erste Wahrnehmung im neuen Leben des Alektoretslav, bzw. dessen was es nun ist. Da schau herribelle Guf der alte Blödmann ist seine metallische Antwort. Das erboste wie bitte? Seien es immer noch Chefs überhört der ehemalige Rexlav, so überwältigt ist er von seinem neuen Selbst und den neuen Parametern. Er lässt jetzt lieber erstmal seinen metallischen Kopf um die eigene Achse rotieren. Ui, ui! Knattert er dabei. Diese neue Leichtigkeit. Er bewegt sich dazu wie ein Breaktanzer, ein Umstand der Pavel-Rebell-Guff noch mehr auf die Palme bringt. Rexlav. Brüllt diese reißen Sie sich zusammen, Mann! Nennen Sie mir Name und Dienstgrad. Der angesprochene Exa-Klasse-Roboter steht nun still da, lässt aber seine Handgelenke durchdrehen. Er antwortet. Zu Befehl, Käffchen. Ich bin war er ist Drezlav, Alektro, Exa-Klasse, Model Andro M1. Exa-Retzlav war er ist ich, Sir. Hohoho. Daraufhin sagt die Maschine zusammen, geht in Energiespar-Position. Thilon A. Bendroth hat sich via Com eingeloggt und diese Aktion mittels Steuerbefehl veranlasst. Ich muss seine Kommunikationsmatrix neu ausrichten, hin zum Bewegungsapparat Finetunnen. Verkündet er. Noch ist Hoffnung. Sein Verhalten ist typisch. Stellen Sie sich das doch mal vor ohne Atmen, Schmecken, Riechen. Sie bewegen sich ohne Muskelkraft sondern allein durch den Gedankenimpuls. Alle Merkmale die einen biologischen Organismus ausmachen sind binnen eines Tages wegrationalisiert. Rebelle-Gurv schüttelt heftig den Kopf, der Techniker fährt ungerührt fort. So blöd, es klingt, aber das was der Davorhin von sich gegeben hat ist mehr als ich erwartet habe. Das sind hochmenschliche Züge. Rebelle-Gurv platzt nun der Kragen. Menschen ähnlich? Das ist unbrauchbarer Schrott. Der ist doch unfähig einen einzigen klaren Gedanken zu fassen. Theo plus Noctius, die ganze Zeit dezent im Hintergrund, kommt Abendroth unerwartet zur Hilfe. Ich sehe das bisherige Resultat auch ausbaufähig, genau wie die Jungs von der Hardware. Er hat ganz klar gesagt, dass er alle Toretslav zumindest war. Außerdem hat er sie gleich erkannt, mein lieber Rebelle-Gurv. Für mich bedeutet dies, dass Langzeitinformationen in die Kausalspeicher des Roboters transferiert wurden. Sein Bewusstsein, zumindest ein gutes Stück davon, ist transportiert worden. Ha, da kann ich ja nur lachen. Knurrt der General abfällig. So, und wie soll's jetzt weitergehen? Ich habe einen engen Zeitplan. Retzlaff, der frühere mein ich, war fest eingespannt in mein derzeitiges Projekt. Eines von äußerster, ich möchte fast sagen königlicher Wichtigkeit. Dr. Abendroth antwortet wenig beeindruckt. Nun, wir werden Fragestunden abhalten. Die Psychologen sind ganz heiß auf den Job. Da Retzlaff nun keinen Schlaf mehr braucht geht das Ganze 24, 7. Es ist kein Problem ständig neue Psychodox herzuschaffen. Von der Sorte gibt's genug, Rebelle-Gurv fährt dazwischen. Von ihrem Geschwätz habe ich das bereits, Abendroth. Sie haben exakt eine Woche. Dann gibt's von mir die Entscheidung serviert hopp oder top. Abendroth hebt seine Schultern an und die Handflächen nach oben. Er drückt damit aus keine Einwände zu haben. Ich hab jetzt wahrlich Wichtigeres zu tun. So Rebelle-Gurv weiter. Wir sehen uns in 7 Tagen. Damit dreht er sich um und verlässt den Raum. Ich schick Ihnen tatsächlich gleich einen Schwadrund Psychos rüber. Sagt Theoplus Nordzius zum Mechatek Thilon Abendroth. Gleichzeitig jedoch werde ich Kollege Kulrust anraten, seine Forschung zu intensivieren. Ich hab da so ein Gefühl, dass die gute alte Transplantationsmedizin doch weniger out ist, als von Ihnen angenommen. Was sind denn das für Gestalten? Ratat der neue Retzlaff in die Runde. Höchst interessiert glotzender Psychologen auf der anderen Seite des Tisches. So blöd diese auch sind, so sehr wissen sie doch diese erste Bemerkung ihres Gegenübers, eines Roboters der Exa-Klasse zu ignorieren. Alek Thoretzlaff, richtig? Fragt eine der Namenlosen aus der Runde. Ha, ho, er schnappt nach Luft, lol. Gleich muss er bestimmt mal ums Eck. Huhoho. Wie hat er mich genannt? Alek Thoretzlaff. Ja, das war was. Mann vorbei, da schau hin. Er lässt seinen neuen Apparat die seltsamsten Bewegungen ausführen. Er singt dabei metallisch Ruhoho, Waha, Wuhu. Die psychologische Abteilung macht eifrig Notizen. Sie blinzeln heftig mit ihrem Koms. Der augenscheinliche Hauptmächer dieser Truppe, ein Mann namens Dr. Nebula Wasabi, richtet erneut das Wort an die ausgelassene Maschine. Jetzt erzählen Sie uns doch erstmal von Ihrem Auftrag, Herr Major. Ich habe gehört Sie sind mit den wichtigsten Aufgaben betraut. Ja, 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 Bun, 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 das hat ist gestimmt. Die blasen wir alle weg. Rebellguffchen hat ihn damit beauftragt. Aber nun, heute ist es anders. Gel Ex allein, uns beide verstehen wir. Eins plus eins ist eins. Damit umarmt er sich selbst bzw. die Maschine ihr menschliches Ich. Die Psychologen sehen sich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Aus ihren Gesichtern ist zu lesen das wird eine harte Nuss. Ein Grenzfall. Vor ihnen sitzt weder eine Person noch eine Maschine als vielmehr eine Entität die ihre Umwelt nur noch als Witz wahrnimmt. Alle Ernsthaftigkeit ist verschwunden. Ihr ist egal wo sie sich befindet und wer ihre Gegenüber sind. Sie beschäftigt sich mit sich selbst, trällert vergnügt und hat sogar keine Lust auf Arbeit und Brot. Die rechte Tante da hat keine Lust mehr gibt er zum besten Jahr. Schau, Ex allein, wie nervös sie ist. Und immer schön nach Luft schnappen, lol. Wie was? Energie-Spa-Modus? Ja da drücken wir mal drauf. Ausprobieren, testen. Dann sagt er zusammen. Dr. Wasabi sagt in die Runde. Das ist schon das siebte Mal heute. Diese Selbstabschaltungen sind kein gutes Zeichen. Noch zwei Tage entgegnet die vorhin gescholtene Psychologin. Was sagen wir Dr. Abendroth? Große Vorschritte sehen anders aus. Nebula war Sabir und zählt die Stirn. Uns nimmt das Ding der Gegenüber zu wenig ernst. Der einzige Name der dem ehemaligen Mario noch sporadisch über die Lippen, Entschuldigung, den Lautsprecher kommt ist sein alter Chef. Ich schlage vor wir lassen es drauf ankommen. Wir haben erheblich Nutzdaten gesammelt. Die auszuwerten dauert seine Zeit. Dann können wir sie abhandeln. Für Arbeit ist gesorgt. Ich werde also Tilon A. Abendroth informieren, dass der Proband bereit für die Gegenüberstellung ist. Von psychologischer Seite sind die Möglichkeiten erschöpft. Entweder braucht's mehr Zeit, oder, keine Ahnung was sie mit ihm machen. Das ist ihr Problem. Zwei Tage später betritt ein hektischer Rebelle-Gurv den gleichen Raum. Schafft ihn rein, schnell, bringen wir's hinter uns. Tilon A. Abendroth drückt einen Knopf, eine Tür zum Nebenzimmer öffnet sich und herausschaut, so ungewöhnlich es klingt, ein gut gelaunter, spielbereiter Roboter. Kaum hat dieser den General gesehen trötet er los. Hoho, sein ehemaliges Käffchen. Oh la la, wie betrübt er aus der Wäsche schaut. Ex allein, sieh ihn dir an, der hat auch schon mal besser ausgesehen, her, und von dem hat er, wir, er, sie, es früher Befehle entgegengenommen. Damit wackelt er auf seinen Befragungsplatz. Rebelle-Gurv kocht. Retzlaff. Das ist ihre letzte Chance. Um Himmels Willen, reißen sie sich endlich zusammen, sonst werden sie weggesperrt. Wow. Wow. Gut gebellt. Gleich platzt du. Deine Pumpe zerspringt fast. Meine, unsere Sensoren zeigen eine gestiegene Körpertemperatur an. Kritisch, hohoho, Abfall. Pöbel. Der Generalmajor seiner Majestätkönigin Hypatia I., Pavel Rebelkov, erhebt sich. Er schaut nacheinander Dr. Thilon A. Bendroth und Prof. Dr. Theoplus Nordzius eindringlich in die Augen. Dann zeigt er mit seinem Arm in Richtung Blecheimer und knurrt. Wecks Grave. Wir Nehmet Udrucks. Und das ist nicht so einfach. Wir Nehmet Udrucks. Der Generalmajor seiner Majestätkönigin Hypatia. Das ist nicht so einfach. Wir Nehmet Udrucks. Wir Nehmet Udrucks. Vielen Dank. Vielen Dank.